und wir starten auch diesen flug am flughafen braunschweig auf der abstellfläche vor dem terminal hier unser kleines blaues flugzeug also gerade steht und die erste frequenz wo wir uns melden und die wir einrasten das ist die von braunschweig tower 120,055 wie hier in der aip auch dargestellt braunschweig tower delta echo papa alpha hotel delta echo papa alpha hotel braunschweig tower delta echo papa alpha hotel papa 28 alpha at apron in front of the terminal vfr via sierra information papa request taxi delta alpha hotel taxi to holding point runway 26 via charlie and alpha qnh 1017 taxi to holding point runway 26 via charlie and alpha qnh 1017 delta alpha hotel so wir rollen also über charlie und über den rollweg alpha zum holding point an der piste 26 delta alpha hotel report ready for departure delta alpha hotel ready for departure delta alpha hotel leave control zone via sierra wind 230 degrees for nuts runway 26 cleared for takeoff we'll leave control zone via sierra runway 26 cleared for takeoff delta alpha hotel delta alpha hotel hold position cancel takeoff delta alpha hotel hold position cancel takeoff i say again cancel takeoff holding delta alpha hotel delta alpha hotel when airborne climb straight ahead stand by for left turn wind 230 degrees for nuts runway 26 cleared for takeoff when airborne i will climb straight ahead wilco runway 26 cleared for takeoff delta alpha hotel delta alpha hotel turn left direct sierra report sierra turning left direct sierra wilco delta alpha hotel delta alpha hotel sierra at 2000 feet delta alpha hotel approved to leave frequency approved to leave frequency delta alpha hotel und schon geht es wieder raus aus der kontrollzone und aus dem braunschweiger luftraum den wir jetzt gleich dann aus osten kommend wieder erreichen werden und uns natürlich mit dem einleitungsanruf als erstes melden und uns natürlich mit dem einleitungsanruf als erstes melden braunschweig tower delta echo papa alpha hotel delta echo papa alpha hotel papa 28 alpha vfr 10 miles east of echo 1 at 2000 feet information zulu for landing delta alpha hotel and the control zone via echo 1 runway 26 in use qnh 1017 will enter control zone via echo 1 runway 26 qnh 1017 delta alpha hotel delta alpha hotel echo 1 at 1800 feet delta alpha hotel roger report echo 2 welcome delta alpha hotel delta alpha hotel delta alpha hotel echo 2 at 1300 feet delta alpha hotel proceed direct final runway 26 wind 230 degrees 4 nuts runway 26 clear to land runway 26 clear to land delta alpha hotel delta alpha hotel go around and turn left heading 200 going around and turning left heading 200 delta alpha hotel delta alpha hotel joint traffic circuit runway 26 report downwind will joint traffic circuit runway 26 wilco delta alpha hotel jetzt geht es also in die platzrunde hier nochmal kurz dargestellt und genau so genommen geht es in den gegen einflug wo wir uns jetzt wieder melden delta alpha hotel downwind runway 26 delta alpha hotel number two follow cessna 172 in base report traffic inside number two will follow cessna 172 traffic inside delta alpha hotel delta alpha hotel delta alpha hotel final runway 26 delta alpha hotel wind 230 degrees 4 nuts runway 26 clear to land runway 26 clear to land delta alpha hotel und dann sind wir wieder angekommen an unserer ausgangsposition nun auch unser parkposition delta alpha hotel leaving frequency delta alpha hotel Ratscha